Wir machen innen, das ist im Moment hier die dritte Frage und das Band geht nach oben und es ist Daniel Ibernoff, dahinter Günther Bauer und Harald Simon. Ja, Daniel Ibernoff, der kam da. Und Günther Bauer da noch mal aufmachen kann, ob er da noch mal rankommt oder ob Daniel Ibernoff, der ist ja noch angeschlagen, das sei das so, dass er lässt. Aber Günther Bauer muss auch aufpassen, denn Harald Simon ist noch in Schlagdistanz, so sieht es im Moment aus. Aber Harald Simon, der staunt man mal, der wetert natürlich noch sein, ich glaube, hier vielleicht zwei Minuten. Also Günther Bauer, schaut ihr da nach vorne, wollt ihr da noch was machen? ...Bikes beim internationalen Allgäu-Alpenpokal. Jawohl, die 22 Jahre junge Sophie kommt aus der Rennstadt. Sie fährt nämlich das ganze Jahr Seitenwagenrennen im Sommer. ...Tour zu kriegen, ja, und war natürlich mit Spannmeisterschaften in Kooperation mit der IDM für den Seitenwagen des Intim Kroft. Ja, und der ist halt nicht am Startplatz, der ist ein zweiterer, der ist ein zweiterer, der ist ein zweiterer. Der ist ein zweiterer Fahrer, der ist ein zweiterer Fahrer. Unter anderem ist er 1990 in den USA, genauer gesagt in Daytona, im Team Martin, der hat es mal gefahren. Ja, und das Renngespann, das ist Bild-Noch-Board, nämlich ein absoluter Protokoll. Und das ist ein zweiterer Fahrer, der jetzt auf die rechte Seite umgebaut wurde. Der Motor ist eine... ...und jetzt sind wir gespannt, aber da kommt er überhaupt nicht gut aus dem Bann. Also das war jetzt ein Start zum Vergessen, aber er hängt da nicht dran. Also vorne hier mit dem roten Helm Stefan Svensson, der macht ja den Held. Ah, da gibt es nicht die Zeit, das gibt damit Sicherheit noch eine Verschiebung, denn die Start-Nummer 114 holt jetzt auf. Dina van Leeuwen, der fährt da vorbei, Günther Bauer dabei, auch lang drei Fuß, aber... ...die ist noch nicht ganz vorbei, jetzt gleich, jetzt muss er da durchziehen in der Kurve, das nützt nichts. Also was für eine Aktion, Günther Bauer, aber nein, das hat er doch nicht mehr gereicht.